Ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4. So, wir sind unter Wasser und müssen ein wenig hier den Weg freischaufeln. Wir wissen so teilweise, was wir machen müssen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, sich unter Wasser zurechtzufliegen, weil es alles ein bisschen anders ist. Was ist denn das? Eine Made? Was ist denn das? Jetzt zum Beispiel? Ich weiß mal wieder nicht, wo was ist. Genau, bin ich auf der einen... Oh! Ey, geht's noch? Das wollte ich eigentlich nicht, meine hübsche... Oh, 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 vorsichtig. Das sind aggro, die Damen. Jetzt machen wir mal schnell hier den hier. Und jetzt können wir wieder eins weiter gehen. So, hier. Wieso geht das nicht? Achso, ich muss erst das frei machen. Jetzt, oder? Gut. Raum. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Oh. 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 Schießen, 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 schießen. Was macht das? Ach, ich kann jetzt hier... ...Kette freilegen. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, okay. Ah. Okay. Ah. Oh. Süß. Oh, und level wieder abgeschlossen. Wunderbar. Hätte ich das gewusst, dass es nur noch so lang geht, dann hätte ich natürlich die Folge davor diese drei Minuten gemacht, aber egal. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir müssen hier lang. Dankeschön. Ah. Zu schimpfen, ich weiß gar nicht, wie es handelt. Jetzt haben wir hier Schönes. Was mache ich denn mit dem? Ich will mir die Hand drücken. Okay, er schiebt das Ding jetzt hin, oder? Waren wir. Hä? Wieso kannst du denn mich... Hä? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, warum es jetzt ging und vorher nicht, aber nicht schlimm. Wir laufen mal hier schön brav weiter, schießen aber einmal auf dieses Häuschen. Das. Wir gehen mal kurz rein. Obst, das ist. Obst, das ist. Ein bisschen Wasser, kommt. Ah. Okay, das machen wir nicht jetzt. Sagte, das machen wir nicht jetzt. Und ich kann es aber nicht abwarten. Nein. Aus jetzt. Schnell. Schnell. Was da? Kann ich hier was machen? Nee. Oh. Hängen wir es mal auf, was auch immer das ist. Gib mir das. Ja, wir gehen gleich hin. Halt. Hier wird gezaubert. Ja, ich komme gleich nach. Jo, jo. Professor Binz. Professor Binz. Gucken wir uns das aber auch noch an. Jetzt ist noch einer in Gefahr. Oh. Ist ja gut. Befreit. Wer hat einen Knochen, der liebe Hundi. Aber da müssen wir wohl noch nichts machen. Gehen wir mal nach oben. Oh. Hehehe. Hehehe. Okay. Was muss ich machen? Was will ich mir in die Hosen machen? Entschuldigung. Ja, Absicht. Was mache ich hier mit diesem Ding? Okay, jetzt habe ich hier was freigelegt. Das ist schon mal gut. Ritter, mal schauen, was passiert jetzt. Nichts. Hier lang? Und hier lang? Okay, verstehe. Ist das schwer? Ich liebe sie einfach. Sie sind so cool. So, jetzt wird wieder dasselbe passieren. Er sagt dir jetzt, wo lang ich soll. Nach links und dann nach rechts und dann unten links, rechts, unten machen wir nicht schwer. Weg. Mit dir. So, wie kriege ich jetzt hier dieses... ...geböhns? Wie kriege ich denn dieses blaue Zeug hier? Das finde ich so blöd an Lego. Also, ich sehe einfach nicht, ob ich in die richtige Richtung springe. Das ist so... Ich sehe es einfach nicht. Bin ich nah dran? Bin ich nicht nah dran? Das... Wie lange? Wie kriege ich das? Keine Ahnung. Aber gut. Jetzt müssen wir uns wieder eine Kombination merken. Machen wir aber auch gleich. Schnell das noch einsammeln. So. Und los geht's. Rechts. Oben. Nicht. Rechts, links, unten. Rechts, links, unten und oben. Nicht schwer. Cooles Labyrinth. Warum mache ich das? Keine Ahnung. Ey. Oh. Er macht doch den, den Dings, Zaubermann. Genau den hier. Der berührende Aufgabe. Ja, das ist schön. Wie komme ich da hin? Warte mal. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Ganz kurz. Wie komme ich hier hin? So. So, nicht. So. Ach, ich glaube ich. Das geht nicht. Ich muss da dieses, dieses Rote, was ich nicht habe, benutzen. Wie schlimm. Mal, mal weiter. So. Was bist du mit dir? Was rennst du jemandem in der Gegend rum? Oh, Gott. Oh Gott. Warum taucht die jetzt hier auf? Okay. Deswegen taucht die auf, okay? Äh? Warum? Schwer ist das jetzt nicht. Zum Glück. Zum Glück. Wirklich schlimmeres. Weil du nervst mich so langsam. Ohne Witz. Ja, auch. Was soll denn das? Halt. Falsch. Alter geht's. Machen wir mal den hier schnell. Okay, so. Dann wollen wir dich hier schnell schnappen. Ich hoffe immer, du hier in der Hand hältst. Was ist das? So, was machen wir mit dir? Hier rein, okay? Dann lauf mir bitte nicht im WQ. Bitte. Das habe ich hier übersehen. Wie komme ich hier rein? Okay, wir machen mal weiter. Kann ich jetzt vielleicht hier lang? Nee. Komisches Labyrinth. Dieser Typ ist mehr als ätzend. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Laufen erstmal hier lang. Guck mal hier unten ist sicher wie du hast. Meistens. Phönix und Spinne. Spinne. Ah ja, okay. Von der Spinne haut dann... Guck mal. Ach Gott. Hat der Typ hier eigentlich... Ähm... Nee, er hat kein Tier. Okay, also... Dann können wir ja nur hier hüpfen. Können dann hier den machen. Wie dir? Kann ich nicht schießen? Ich mach mal rüber. Ich kann sie... Ah! Wahrscheinlich hier ins Netz. Oh, tut mir leid. Das ist nett's. Mhm, verstehe. Das ist witzig. Ja, okay. Okay. War mal gut. Ich habe nämlich noch einen blauen gesehen. So. Dann machen wir die Fliege. Und die Fliege sitzt da drauf. Die Spinne rennt hin. Sie erschreckt. Oh, wir sind dem Ziel schon ganz nahe. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mhm. Mhm. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.